Hi Leute, herzlich willkommen bei TZ Schubech. Und wir kommen zu einem Full-Icon-Battleship-Rager gegen den wieder auferstandenen Steinski. Was geht ab? Wie Phönix aus der Asche bin ich wieder zurückgekommen. Ha! Der Mann ist wieder zurück, Freunde. Es gab ja da auch nach den letzten Aufnahmen so ein bisschen Betrug, ne? Es gab so ein paar Probleme. Wir waren ein bisschen verwirrt an dem Tag. Wir heben die Hand. Ich bin offiziell, ich habe versucht zu retten. Dann haben wir nichts zu tun. Ich hätte ja auch ablehnen können. Aber für mich hat das in dem Moment Sinn gemacht. So, weiß ich doch auch nicht. Mann, klar gebrochen. Wir wissen doch, was da los war, ja. Klar gebrochen. Lass dir einfach ein Däubchen nach oben da. Lass gerne ein Abo da, Freunde. Checkt die Folge beim Steini aus. Da haben wir auch was aufgenommen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lang. Einer bleibt stehen. Das wird bei uns unseren Pelé sein, der gute Mann. Da geht mit uns die auch. Maldini, bester e.V. aller Zeiten. Schreibt was anderes in die Kommentare, wenn ihr was anderes denkt. Moor größer. Was sagst du? Ja, wird er gleich zeigen. Maldini größer alles. So, Freunde, wir haben jetzt doch alles runter gemacht, weil wir hatten ja auch diesmal keinen Bronzemann. Es wurde ja auch nochmal eine Icon mit draufgestellt. Es gibt keinen Starspieler. Alles runter auf die Bank. Ja. Let's go. Cleanes Team. Wir spielen 4-4-2. Du, Steini? 4-3-2-1. Tu MS. Wer hätte gedacht. Ähm, gut, dann gebe ich dir den ganzen Angriff vorne. Mach das. Ich möchte in die Buchs die 10, linkes MS die 9, rechtes MS die 4. Aua. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe letztes Mal ja komplett versagt. Aua. Äh, zwei Stürmer, ne? Mhm. Jep. 1-2. Du lernst es nie. Das macht er immer. Immer. Immer und immer. Das ist ein klassischer Steini-Move. 1 und 2. Das letzte Mal nett gemacht. Letztes Mal war es, äh, weil wir immer die 1 irgendwas mit Torwart weiß ich noch. Diesmal habe ich es halt nett gemacht. Ja, gut, dann gebe ich dir dein 3er Mittelfeld, ne? Ja. Ähm, die 11 linkes ZM, die 6 mittleres ZM, die 8 rechtes ZM. Ach, ich glaube, das wird auch wieder ein Account, der in Rekordzeit platt geht, ne? Warte, was habt ihr? Rechtes, linkes Mittelfeld, ne? Ja. Mhm. LM, ZM, ZM, RM. Äh, von LM machen wir die 6. 4, ne? Ja. RM die 7. ZM, von links nach rechts, 11, 12. Ach, du Scheiße. Boah. Das war's. Feiern. Also, ich bin ehrlich zu euch, ich glaube, unsere Teams unterscheiden sich nicht viel. Also, ich bin ehrlich, ich glaube, schlechter hatten wir sie nie. Ne. M-m. Ich muss hoffen, dass ich jetzt... Ich glaube, einen Game Changer können wir noch kriegen. Ich kann 2 kriegen. Ob ich die kriege, ist eine andere Sache. Okay, dann. Linksverteidiger die 12. Ja. Perfekt. Linker Innenverteidiger die 1. Rechts. Rechter Innenverteidiger die 5. Rechtsverteidiger die 3. Ach, du Kacke, Alter. Was ist das denn? Das hier vorne ist der Bruch der Brüche, was du uns hier gemacht hast. Ach, du Kacke. Die 3 Linksverteidiger. Mhm. Die 10. Linker IV. Ach, das kann halt wahr sein. Rechter IV die 8 und RV die 9. Also, das gab's noch nie. Das gab's noch nie. Das, also, ohne Scheiß. Ich sehe hier nur Ausrufezeichen. Negativ Rekord im Full-Battleship-Icon. Also, das gab's noch nie. Äh, ich hätte gerne die 2 bei dir ins Tor. Ja, dann ist der Bobby Moore auch noch da. Das gab's noch nie. Ja, bei euch ins Tor. Die 4. Danke. Damit hast du unseren Torwart ins Tor gestellt. Wir haben einen Gamechanger. Ich bin tot. Ich hab null Chemie. Ja, wir kommen, äh, warum ist das noch ein Bug? Drei Chemie müssten wir ja haben. Ja. Zeigt noch null an und eins können wir noch tauschen. Ihn können wir ja auf jeden Fall umstellen, ne? Der kann ja LV. Ja, gibt's halt keinen, äh, Extrapunkt, aber kannst du umformen schon mal. Den können wir umstellen. Gibt immerhin Chemie. Können halt das hier wechseln oder halt einfach nur das hier. Oh, du Kacke. Oder halt den RM mit ST, da ist halt immerhin noch Chemie. Ja, ja, das wär vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? Wie viele Gamechanger habt ihr? Äh, einer hatten wir nur. Einen Gamechanger. Ja. Du? Null. Ja, bei uns war halt der letzte. Du hast uns Torwart ins Tor gestellt. Was machen wir denn da? Ich hab halt Angst, dass wir halt keine Verteidigung haben. Ja gut, der hat auch nichts. Der hat null Chemie. Dann gehen wir so, oder? Gehen sogar so. So, so. Der kann vielleicht vorne im Sturm noch, aber. Ja, aber null Chemie lässt immer die Flügel. So, sagen wir mal das so. Ähm, ja, Freunde, wir haben umgestellt. Also das Tor war kein, also bei uns war's nicht grauenvoll. Aber bei dir, das ist ja hier Negativ-Rekord in einem Battleship. Bei uns ist Deutschkopf rausgeblieben bei dir. Ach, Ivaldo. Ich denke, wir spielen mit einem Pelé in der IV. Ja, von mir. Ein Steinwert, kein Torwart. Ey, dann ist das doch auch ein Duell. Pelé, Pelé gegen R9. Wer ist der bessere IV? Ach, du Kacke. Zwölf Chemie haben wir immerhin, wenn wir noch was umformen konnten. Null. Einfach null. Ja, das ist aber dann bei dir. Weil meistens ist es ja dann eigentlich so, dass dann einer wenigstens ein relativ gutes Team hat. Ne, du hast mich ausgehebelt schon mit dem Sturm. Zwei ZMs reingepackt und ein Verteidiger. Und im Mittelfeld war dann Torwart und Verteidiger. Also jetzt bin ich gespannt, wirklich. Hier, null Chemie auf der einen Seite. Die andere Seite konnte sich auf zwölf Chemie retten. Sag mal ein Torwart, Mann. Oh, wie ein Tor. Oh, der Angriff war aber auch ganz gefährlich. Ei, ei, ei. Putz. Schatz. Shit. Also null Chemie ist halt wirklich. Und ohne Torwart. Wir rennen da rum. Aber der hat ja nicht mal nen Helm auf. Ja, im Helm brauchst er nicht. Ach du Scheiße. Oh. Tatschi, wie hat er den, wie hat er den bitte droppen lassen? Ganz stark. Guck mal, wie er da rein rennt. Hagi bräuchte halt nicht der Dings, der hat auch nen Null. Der ist pervers. Also davon distanziere ich mich. Davon distanziere ich mich. Wir haben ja ganz schön ne Breche. Unser Team steht auch nicht so top. Bro, wir haben zwölf Chemie und haben nen Torwart. Davon distanziere ich mich. Guck dir das an. Dann macht er noch nen Anschluss. Ey, der macht ja nicht mal nen Ausfallschritt, Alter. Der geht ja nicht mal in Zweikampf. Ich distanziere mich auch davon, Steini. Den musst du auch fragen. Bis das wieder ist. Nullmal sorry, Steinskis. Wollte ich so nett. Es war einfach so in meiner Natur drin. Das musst du mit dem Kommentarbereich ausmachen. Na, ich muss es umstellen. Ich habe keine Zweikampftaste. Ach du Scheiße. Einfach keine Zweikampftaste. Perfekt. Alter. Er drückt nen Anschlussfakt. Dann sagt er, er kann nen Zweikampf an die Taste entgehen. Und dann drückt hier noch einer rein. Ey, was war ich gemacht? Ich hab... Alter. Was passiert denn als nächstes? Ich hab das doch... Ich dachte, der sagt mir, das geht grad nicht. Ich will nur, dass er den eingestellt hat. Vor allen Dingen ist das Ashley Cole. Ich denk die ganze Zeit... Ich drück die ganze Zeit Zweikampf, aber keiner macht diesen Ausfallschritt bei mir hinten. Den wusste ich ja. Ich dachte schon, warum kann ich den da so durchrennen? Ach, der hält ja gar nichts, Alter. Scheiße. Also, Bobby Moore ist hier mit Abstand der Schlechteste. Der hält ja nix, ey. Normal halten die ja so ein bisschen was. Also, Bobby Moore ist hier mit Abstand der Schlechteste. Ja, Sinio ist aber halt die Macher. Also, Bobby Moore ist hier wirklich mit Abstand der Allerschlechteste. Aber die ziehen auch alle raus aus der Mitte so. Die müssen ja eigentlich nur da stehen bleiben, wo sie spielen sollen. Dann hab ich ja wenigstens ein bisschen ne Möglichkeit. Aber die machen ja immer solche Lücken da hinten rein. Jetzt wird's aber auch gefährlich. Er pfeift ab! Ja, das kommt dann auch mal dazu. Was? Das kommt auch noch dazu. Das hab ich ja noch nie gesehen. Das ist ja nicht mehr normal. Das hab ich ja noch nie gesehen. Was? Alles schlecht, oder? War das Abseits vorher? Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Ich dachte, es wär Abseits, weil er aufhört, aber er hat einfach abgefiffen. Da fang ich mal an. Der pfeift auf. Bobby Moore ist ja mit... Also, gar nix. Wirklich. Egal von wo du schießt, der geht rein. Also, können wir mal festhalten, dass Bobby Moore der schlechteste Torhüter ist? Das ist das Allerschlechteste. Wirklich. Du kannst von, egal wo, drauf schießen. Viera! Digga, Viera ist der gebrochene Mittelstürmer. Viera ist kalt. Ja, der will nicht weg da mit seinen 2 Millionen Wattekosten. Der Wurzel. Jetzt wollen das aber auch machen, die Sau. Ich hätt ihn aber nicht reingemacht. Ach Gott. Das ist... Ah! Digga, er hält halt gar nix. Nee, der hält wirklich nix. Also, Bobby Moore hätt halt gar nix. Nee, gar nix. Ich glaub, ein Bronzemann hätte mindestens so ein, zwei so. Hätt besser ausgesehen. War Bobby Moore früher nicht mal im Tor, so im Training oder so? Sauber rausgespielt, das Ding vorne. Vier Stücke, trotzdem ekehaft. Ja, da kommt mal einer dazu. Spann dich. Hä? Oh, vorbei. Dankeschön. Alter. Oh Gott, Alter. Ich sag hier nochmal sorry für den Anschlusspack. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Deswegen. Ich wusste ja nicht, dass er auf dich zukommt. Oh Gott. Aber nachdem ich dann gesehen hab, dass ein Bobby Moore dahinde so... Der Bobby Moore war halt schon krass. Der hätte wirklich gar nix gehalten. Selbst Joe Cole hat ja die Digga da reingeschweißt. Der hätte gar nix gehalten. Aber vier Discards. Den nimmt man mit. Ich weiß schon, welche Position ich heute auf den Wien komme. Ach, hier kommt. Zwo. Jeder hat Zwo. Also ich nehme mal 1000% safe unter den rechten ZM. Wir hatten heute schon ein paar Aufnahmen. Rechter ZM hat heute immer gecastlet. Ja, ich mach. Ist egal, was du triffst. Wer ist rechtes ZM? Wer ist rechtes ZM? R9. Was ist denn rechtes ZM? Digga, was? Ich hab heute jedem in der Aufnahme mit rechtem ZM ge*****t. Wirklich alles ge*****t mit rechten ZM. Und ich nehme doch den Torwart. Wer ist Torwart? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich nehme beide MS. Oh, mal verrückt. Ich glaube, ihr habt mehr 5,5 Millionen diskartet. Ihr habt Ronaldo getroffen, ihr habt Vieira getroffen, ihr habt Cafu getroffen und Bobby Moore. Wer war auf MS? Äh, Vieira. Ich hab stehen lassen. Ich sag ehrlich so, ich will jeden aus der FIFA-Sehne Bluten sehen, aber nicht Steini. Ne, will ich auch nicht. Ich will jeden Bluten sehen, aber nicht Steini. Was kostet Vieira? Ich glaube, R9 war 1,8. Vieira war der 88er nur, aber der ist auch so scheiße teuer. Boah, aber das ist der geile. Ja, ich hau den SPC. Boah. 1,3. Boah. 1,3, dann R9, 1,8. Ne, oder? Egal, dann gibt es auch Leute, die spielen noch mit Anstoßpack. Es tut mir leid. Es tut mir doch leid. Ja, es sind drin die vier Brüder hier. Ich will auch hier nochmal beim Discarden sorry sagen. Wegen dem Anstoßpack, der war komplett unnütz und unnötig. Hätte nicht sein müssen, es tut mir leid. Ich hab gerne eure Meinung dazu. Rechtes ZM hat aber heute einige aus dem Leben geschallert. Seid ihr ehrlich. Boah. Ja, ist auf jeden Fall auch gut. Der neue Account ist auch gut. Muss ich sagen. Fühle ich auch richtig den Account. Der nimmt mich genauso auf. Weißt du, ich hab so gar keinen Unterschied. Und das ist ja eigentlich auch gut, ne? Dass ich mich direkt zu Hause fühle hier. Ist schön, ehrlich. Ist töfter. Willst du denn hier einen Account machen? Ne, eben. Ist eine super Sache. Also auch an der Stelle nochmal. Das ist cool. Freunde, wie gesagt, checkt die Folge beim Steiniers. Lasst da bitte ganz, ganz viel Liebe da. Ich hab ein sehr schlechtes Gewissen. Haut's da rein. Ciao, ne? Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.